Das bedeutet sehr viel für mich. Es war dieses Jahr für mich bisher sehr schwer. Bei der Tour de France ist vieles gesagt worden und bis heute haben sich die Dinge nicht so abgespielt wie erwartet. Uns hat es an Glück gefehlt. Gestern ist mein Team sehr stark gefahren, doch ich habe nicht mitgehalten. Da hätten sie mich wie einige andere kritisieren können, doch sie waren die letzten Tage wirklich unglaublich. Konstantin war trotz seiner Verletzungen die ganze Zeit vorne. Maxime war heute sehr stark und Michael Rogers ist 100% Mannschaftsteamlich gefahren. Die anderen Teams haben mir den Schlusssprint sehr schwer gemacht. Da kam es von allen Seiten. Meine Kollegen haben die Dinge recht früh in die Hand genommen und alles getan, um mich vorne zu halten. Ranshaw hat mir den Sprint gut angezogen und als ich in Position war, habe ich mich erinnert, dass das Gelände nicht flach ist. Wir mussten also das Tempo halten und das hat geklappt. Das ist ein geniales Gefühl, vor allem nach dem ganzen Druck, den mich ausgesetzt war. Wir werden natürlich versuchen, weitere Etappen davon zu tragen. Wir sind wirklich guter Hoffnung. Wir werden sicher versuchen, noch mehr Stages zu machen, aber ich glaube, es hat sich gut geholfen. Aber ich glaube, es hat sich gut geholfen.